Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen im politischen Kabarett, das Programm heißt bis neulich, das ist und bleibt so eine wilde Mischung, alte und neue Texte und wenn ihr Lieblingstext nicht dabei sein sollte, dann müssen sie einfach nochmal wiederkommen. Und die Experten kennen sich ja aus, Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgelos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Gehe hin, verkaufe alles was du hast und gib es den Griechen. Das wäre jetzt christlich, oder? Das Geld den Armen geben. Zum Glück nimmt man seine Religion ja nicht ernst. Sonst wäre man ja auch Moslem. Das Geld den Armen geben, einer der größten Pointen aller Zeiten, da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee, auch im Kreis Limburg. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten sie auch die Kabarett-Eintrittsgacht immer gut aufheben, wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie eigentlich für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ich meine das Ausbau der Systeme, in dem wir leben. Ganz offensichtlich, oder? Das Jobwunder Deutschland, wo findet das statt? Im Niedriglohnsektor. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt. Und noch nie konnten so viele Menschen von der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Ich habe immer gesagt, beschäftigen kann ich mich selber. Eine Million Deutsche arbeiten inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen, die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Oder kennen Sie Aufstocker? Das sind die, die für ein paar Euro die Stunde ein paar Stunden Arbeit die Woche haben. Und wenn Sie nur vier oder fünf Stunden Arbeit haben in der Woche, dann sind Sie nicht arbeitslos, dann sind Sie nicht in der Statistik. Sie haben keine 35-Stunden-Woche, Sie haben nicht mal eine 35-Euro-Woche, aber Sie haben Arbeit. Und wenn Sie 35 Euro in der Woche verdienen, kriegen Sie den Rest aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Aufstocker. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Und wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Was denn, was denn, was denn? Dann sagen Sie halt, Moment, dann holen Sie den großen Karton mit dem Kabarett-Eiterrskarten raus. Dann sagen Sie, hier Freundchen, ich war im Widerstand. Das Interessante ist, die Menschen, die hier verarscht werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa sind die Menschen zum Teil wütend auf der Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe. Ich glaube ja, die Verarschten hier sind schon einen Schritt weiter. Die haben schon begriffen, das hilft alles nichts mehr, in diesem Wirtschaftssystem noch zu demonstrieren. Die gehen noch nicht mehr wählen. Ein Drittel der Bevölkerung geht nicht mehr wählen. Warum auch? Warum soll dann Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Fragen Sie mal, was ihm lieber ist. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Rot-Gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedene Geschmacksrichtungen anbieten? Wer hat denn Hartz-IV gemacht? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat Hartz-IV gemacht. Rot-Grün hat damals den Reichen die Steuern gesenkt. Um 10% ist die Einkommenssteuer gesenkt worden. Rot-Grün hat die Firmenverkäufersteuer freigestellt, die Hedgefonds des Landes geholt. Und als der Staat fast pleite gegangen wäre, da haben die nicht die Steuern wieder erhöht und haben Hartz-IV eingeführt, um den Staat wieder zu sanieren. Rot-Grün hat bewiesen, um die ganzen neoliberalen Schweinereien zu machen, da braucht man die FDP überhaupt nicht. Und das haben die Wähler auch begriffen. Jetzt ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag. Wobei, das war schon eine Sensation, oder? Ich habe es bis zu letztlich glauben wollen. Ich muss auch sagen, ich war geschockt, dass das überhaupt erlaubt ist, im Bundestag ohne FDP. Am Wahlabend, ich habe schon die ein oder andere Träne verdrückt, da stehe ich doch zu, dass ich das noch erleben durfte. Aber diese Bundestagswahl war dann eine Katastrophe. Ein Drittel ist gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl angegeben, Sie wüssten noch nicht, was Sie wählen würden. Da konnten Sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen, was willst du? Merkel oder Steinbrück. Viele haben gesagt, ach, drück ab. Und seit der Wahl wissen wir nur endgültig, ohne Angela Merkel geht es nicht. Angela Merkel führt kein Weg vorbei in diesem Land, politisch gesehen. Da muss man auch Konsequenz haben, finde ich. Man muss auch meine Konsequenz ziehen. Ich schlage offiziell vor, solange diese Frau lebt, sollen wir uns das mit dem Wählen einfach schenken. Ja, ich finde, Angela Merkel soll alle vier Jahre sagen, mit wem sie zusammen regieren möchte. Wir wählen doch sowieso so, dass sie sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Da können wir uns doch den Wahlkampf schenken. Das ist eine Beleidigung für jeden, der bis drei zählen kann. Die Merkel ist einfach unschlagbar. Das ist der FC Bayern München, der deutschen Politik. Nur ohne Pepp halt. Aber einen super Trick, den beherrscht sie und da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sich einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft der François Hollande schon hinter der Merkel gestanden hat, ohne zu wissen, wie er dahin gekommen ist. Die Merkel agiert wie ein geschickter Magier. Ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung besorgen dann die Medien selber. Unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Nicht uns aufzuklären und zu informieren, sondern wir müssen beschäftigt werden, weil der Deutsche regt sich sehr gerne auf. Das liegt in seiner Natur und das muss aber gesteuert werden. Damit wir uns nicht über Dinge aufregen, die wirklich systemverändert sein könnten, da müssen uns Skandale präsentiert werden. Und da gibt es eine ganze Palette, die werden immer wieder abgerufen und auch wahrscheinlich irgendwo entwickelt die Skandale. Zum Beispiel, eigentlich ist ja jetzt gerade noch fast Grippesaison, aber dieses Jahr haben sie ja oft kein Tier einigen können. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Fragen Sie mich nicht, fragen Sie die Schweine. Und dass die Grippesaison dieses Jahr quasi ins Wasser gefallen ist, das war dann das Pech vom ADAC. Da waren die gelben Engel plötzlich die Ersatzschweine. Das war so ein Skandal ganz an dem Geschmack von Angela Merkel. So was lieben unsere Politiker. Ein Skandal, wo alle mitreden können, wo sie alle aufreden können, der Stammtisch kocht über und es geht um nichts. Es geht um überhaupt nichts. 19 Millionen ADAC-Mitglieder, die wollen nur eins, Pannenhilfe im Ernstfall. Ob davon 34.000 oder 3.400 ihr Lieblingsauto aussuchen. Das ist der berühmte Sack Reis in China. Die haben da beim ADAC Statistiken gefälscht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das sind die Themen, mit denen wir abgeleckt werden. Skandale, Skandale, Lebensmittelskandale werden immer wieder gerne genommen. Da kann der Deutsche sich immer aufs Neue wieder aufregen. Man kann nichts mehr essen. Mit vollem Mund wird da rumgejammert. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Es ist die Bio-Eier von Hühnern, die gar kein Biofleisch zu fressen gekriegt hatten. Dann der Jahrhundertskandal. Sie erinnern sich im letzten Jahr, der Skandal überhaupt. Pferdefleisch in der Lasagne. Da war der Deutsche außer sich. Also da muss man auch mal sagen, der Deutsche ist geduldig. Er hat kein Problem, wenn einer seine Telefongespräche abhört. Es ist ihm egal, ob seine E-Mails mitgelesen werden, aber auf Pferdefleisch. In diesem urdeutschen Gericht Lasagne. Da ist Schluss mit lustig. Da ist auch mal ne Grenze erreicht. Ich sag ihm, wenn da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert. Da wäre alles vorbeigewollt. Ich hab mich mal wieder gefragt, wieso ist für 1,99 in der Lasagne überhaupt noch Fleisch drin? Vor zwei Jahren war Dioxid im Schweinefleisch. Können Sie sich daran erinnern? Ja, da haben die zugegeben, dass sie die Schweine mit Klärschlamm mästen. Ich hab mich gefragt, warum machen die sich die Mühe, den Schlamm erst noch in die Schweine reinzupressen? Also in die Vierbeinigen. Das kann man doch... Das kann man doch heute mit Aroma verstärken. Aufbereitet sich ja auch. Da gibt's bestimmt was von Dr. Oetker. Mit den lebenswichtigen Vitaminen B, S und F. Und in der Marke Klofrost könnte man alles wunderbar auf den Markt bringen. Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn nichts mehr hilft, da müssen Sie auch mal drauf achten. Wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, weil es ganz schlimm ist, dann kommen Sie mit den Migranten. Das zieht auch immer. Weil da hat der Deutsche ein Thema, da haken alle Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runter gucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Und Juden sind nicht mehr genug da. Und dann, vor zwei Jahren, Anfang Mai, durften die Polen plötzlich europaweit frei ihren Arbeitsplatz wählen. Die Übergangsfrist war abgelaufen. Und dann dieser Artikel im März in den Zeitungen. Oh, jetzt kommen die Polen. Millionen von Polen standen hufescharrend an der Grenze, um uns hier zu überrennen. Aber die meisten sind wohl durchgelaufen. Es ist nicht viel passiert. Dieses Frühjahr waren es dann die Rumänen, die Bulgaren, schon wieder sind sie auch über den Haufen gelaufen worden. Wahnsinn! Und die CSU war außer sich. Und hat sofort gesagt, wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Dann lese ich, dass 25% der Rumänen, die kommen in einen akademischen Abschluss haben. Und schon begreife ich die Ängste der CSU. Und da kommen jetzt Leute mit einem richtigen Doktortitel. Das wird eng. Die Migranten, die Migranten. 20% der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten und im Gegensatz zu Uli Hoeneß und Alice Schwachsau ihre Steuern zahlen, kommen ursprünglich von woanders her. Und mit den meisten funktioniert das wunderbar. Wir müssen dankbar sein, dass die hier sind. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Da haben sie völlig recht. Das darf man auch laut sagen. Das ist kein Tabuthema, Herr Sarrazin. Der hat da ja das große Buch mitgemacht. Deutschland schafft sich ab. Die Migranten sind schuld. In dessen Augen sind ja alles die Migranten schuld. Der hat ja noch ein Buch danach geschrieben über die Euro-Krise. Haben sich viele mitbekommen. Das Buch ist aber auch interessant, weil die Euro-Krise, das sind laut Sarrazin auch die Migranten schuld. Ja, diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Einem echten Deutschen wie dem Sarrazin macht der Ausländer nichts vor, ob er kommt oder bleibt. Herr Sarrazin sagt ganz klar, das Problem in Griechenland ist das gleiche wie in Berlin, Neukölln. Zu wenig richtige Deutsche. Wenn es überall nur richtige Deutsche gibt, dann wird er ordentlich gewirtschaftet. Da gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Ein deutscher Kapitän wäre mit dieser Costa Cordales niemals untergegangen. Es gibt einfach viel zu wenig richtige Deutsche auf. Wir hätten diesen blöden Krieg nicht verlieren dürfen. Nein, es ist kein Tabuthema, dass Migranten Probleme machen. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Was reden Sie von Integration? Glauben Sie, man kann diese Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wären wir noch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber dann wären es Bandidos oder wie heißen die. Aber Kopftuch, das ist auch so ein Thema, wo der Deutsche sich aufregen kann. Kopftuch, da kann man immer wieder, die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Da will er sich vom Kopftuch befreien, der Brüderle hätte es am liebsten von der Bluse befreien. Ja, je befreiter die Frau ist, desto besser ist doch für alle. Ja, da tragen ja welche ein Kopftuch. Muss mich das ernsthaft interessieren? Hallo, wir haben Religionsfreiheit, oder? Ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber... Wir haben Religionsfreiheit, das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unköschliche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass einem der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Auf sowas wächst man doch irgendwann raus, dann entwickelt man eigene Wertvorstellungen. Heute sage ich immer, Religion ist was für Leute, die den Alkohol nicht vertragen. Es gibt katholische Akademiker, die halten Vorträge darüber, dass man Homosexualität mit Globuli heilen könne. Ja, natürlich müsste man die eigentlich einschläfern, aber... Man tut es nicht. Man erträgt das dumme Geschwätz. Das ist nämlich Toleranz. Tolerare heißt ertragen, aushalten. Das hat mit Tollfinden überhaupt nichts zu tun. Es gibt Arschlöche, die behaupten, dass sie an Gott glauben. Und es gibt Arschlöche, die behaupten, dass sie an Allah glauben. Das hat auch mit Religion nichts zu tun. Ein Arschloch ist ein Arschloch. Ich dachte nicht aus. Ich dachte nicht aus.